Moin moin, es geht darum, wenn ihr diese kleine dumme Probleme habt, was ich immer wieder hab, dass ihr quasi hier eine Start-Time-Startmarke habt und das von dort aus abspielen wollt, dann Play drückt, bam, und es springt direkt wieder an irgendeine unmögliche Stelle und es fuckt mich so ab. Und das könnt ihr dann ganz leicht beheben, indem ihr dann Option, Audio-Settings, dann Playback-Tracking, auf Hybrid mein ich wär's gewesen, dann weg, gehen wir nochmal zurück, funktioniert jetzt nicht, fuck, scheiße, Mixer, so, das soll das heben, beheben, so, und zack, es funktioniert gar nichts, wieso denn nicht, Option, Driver, und warum denn nicht, die, oh, meine Frise, ja, okay, gut. Ja. 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 Ja.